Als meine große Duchte in der ersten Klasse war, hat es Streit gehabt mit meiner Frau, mit ihrer Mama und kommt her zu mir, Papa, ich wünschte ich wäre Pippi Langstrumpf. Und ich so, hör wieso, deren Mutter ist tot. Und ich habe genauso reagiert wie ihr, weil deren Mutter ist grammatikalisch herausragend für eine Erstklässlerin. Oh, deren Mutter. Kein Sonntagskind, aber ein Syntaxkind. Großartig. Dann habe ich gesagt, weißt du, warum ich Pippi Langstrumpf cool finde? Und sie so, na? Sag ich, ja, die hat einen Vater, der ist am Leben, wohnt aber auf einer geilen Insel, weit, weit weg. Hey, ich habe die total lieb. Ich mache alles für die beiden. Also, ich habe die total lieb. Ich habe das alle lieb. Und ich habe das alle, welche SEE, wie ich ja die stereotypulade, die 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 Klasse1, 2, 3, 3, 5, 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 11, 12, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 11, 12, 31, 12, 3, 3, 7, 12, 3, 8, 6. Dein Klasse zu Ende des Klasse zu Ende des Klasse.